Knochenschmerzen Knochenschmerzen auf natürliche Art behandeln Alternativ zur Milch gibt es andere Lebensmittel, die dank ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften, Vitaminen und Mineralien empfehlenswert zur Linderung von Knochenschmerzen sind. Knochenschmerzen kommen vielleicht nicht so häufig wie Gelenk- oder Muskelschmerzen vor. Verschlechtern aber genauso die Lebensqualität und behindern alltägliche Tätigkeiten. Die Schmerzen können viele Gründe haben, so zum Beispiel Infektionen oder chronische Krankheiten bis hin zu Brüchen oder Verletzungen. Tatsache ist, dass Knochenschmerzen Ursachen unabhängig den Alltag negativ beeinflussen und möglicherweise auch zu unangenehmen Veränderungen führen können. Jeder Schmerz und jede Spannung in den Knochen sollte mit einem Spezialisten erörtert werden, um rechtzeitig die Ursache und eine angemessene Behandlung zu finden. Zusätzlich empfiehlt es sich, verschiedene natürliche Behandlungsmethoden zu kennen. Brennnessel-Tee Die Brennnessel wirkt schmerzlindernd und harntreibend, folglich leitet sie Flüssigkeitsansammlungen in den entzündeten Gelenken aus. Sie enthält viel Kalzium und Magnesium, Mineralstoffe, die für die Stärkung der Knochen wichtig sind, außerdem ist sie gut für das Blut, den Magen, den Verdauungstrakt, die Nieren und die Lungen. Zubereitung Bereite einen Tee aus der getrockneten Brennnesselwurzel zu. Einfach mit einem Liter kochendem Wasser überbrühen. Diesen Tee trinkst du am besten dreimal am Tag. Tee aus echtem Medesüß Diese wunderbare Heilpflanze verbessert den Blutkreislauf und wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend und harntreibend. Der tägliche Konsum von drei oder vier Tassen kann dabei helfen, Knochenschmerzen vorzubeugen und zu verringern. Zubereitung Gib eine Handvoll getrocknete echte Medesüßblätter in einen halben Liter kochendes Wasser. Sieben Minuten köcheln lassen. Trinke davon eine Tasse Tee nach jeder Mahlzeit. Dieser Tee ist nicht für Jugendliche unter 15 Jahren, Schwangere oder Personen mit Blutgerinnungsstörungen geeignet. Omega-3 Fettsäuren Omega-3 Fettsäuren sind in vielen Lebensmitteln wie blauem Fisch, Samen, Nüssen, getrockneten Früchten und im Olivenöl enthalten. Sie helfen bei der Schmerzbehandlung und bei Knochenentzündungen. Einnahme Damit der Körper ausreichend Omega-3 Fettsäuren aufnehmen kann, empfiehlt sich der zweimalige Konsum von Fisch, Vorsicht wegen der Schadstoffbelastung, in der Woche oder alternativ die Verwendung von Nüssen, Leinsamen, gesunden Ölen etc. Außerdem kann auch ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Milch Laut dem Nationalen Institut für Arthritis und Muskelskelett und Hautkrankheiten versorgt die Milch den Körper mit Calcium und Vitamin D, Nährstoffe, die eine wichtige Rolle in der Vorbeugung von Knochenschwund und Krankheiten wie Osteoporose spielen. Einnahme Wer an Laktoseintoleranz leidet, kann auf Calciumreiche pflanzliche Milch zurückgreifen. Wenn du Milch gut verträgst, kannst du davon täglich 1-2 Gläser trinken, am besten fetterme Milch. Orangen Erdbeershakes Sowohl Orangen als auch Erdbeeren enthalten Vitamin C, welches fundamental zur Vorbeugung von Entzündungen und der Stärkung der Knorpel ist. Wenn bei der Zubereitung Sojamilch verwendet wird, können die Gesundheitseffekte dieses Milchshakes potenziert werden, da Sojamilch reich an Calcium und Magnesium ist, die wichtig für die Knochendichte sind. Zutaten Dann werden sie zusammen mit den restlichen Zutaten im Standmixer verarbeitet. Diesen Shake kannst du zu jeder beliebigen Tageszeit konsumieren. Gewürze, Kurkuma oder Ingwer sind dank ihrer antioxidantischen und entzündungshemmenden Eigenschaften perfekt zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen. Zubereitung Sowohl Kurkuma als auch Ingwer können in Tees getrunken oder zu Salaten und anderen verschiedenen Gerichten hinzugefügt werden. Zur Schmerzlinderung empfiehlt sich der Konsum in Form von Tee. Grünkohl Der regelmäßige Konsum dieses Gemüses stärkt die Knochen und ist vor allem dann eine sinnvolle Alternative, wenn auf Milchprodukte verzichten werden möchte. Grünkohl enthält viel Calcium und Vitamin K Nährstoffe, die Osteoporose und anderen Knochenkrankheiten vorbeugen. Punkt Zubereitung Grünkohl kann in Salaten, in natürlichen Säften oder gekocht konsumiert werden.